Können Sie mir erklären, was ein Schaltjahr ist? Ja, sicher, klar. Was denn? Ein Tag mehr im Februar. Genau. Ja, ja. Schön, wie Sie das wissen. Ja, nun. Und warum aber ist das so? Ja, warum ist das so? Alle vier Jahre. Warum? Ja. Weiß ich nicht ganz genau. Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über das Schaltjahr. 20 Jahre? Weiß nicht. Nee. Ich weiß nicht.